Ich war gar nicht so schnell darauf vorbereitet, dass ich jetzt der erste Redner sein soll. Das ist für mich richtig. Ich hätte mir lieber gewünscht, als ich einer der Letzteren gewesen wäre. Kannst du dich ruhig nochmal hinsetzen? Ich kann mich auch nochmal hinsetzen? Okay. Versuchen wir es nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu nehmen. Viele, die mich kennen, und das sind die meisten, wissen, dass ich eine andere Diskussion in den letzten Wochen geführt habe, als die, die heute und hier aufgetaucht ist. Mir ging es darum, in den vier Minuten, die ich leider zur Verfügung habe, darzustellen, dass meine Grundposition dazu mehr eigentlich die Erwartungshaltung an Doktor Norberfonien gewesen ist, die mir in seiner Rede völlig gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob die große Politik mir wirklich an dieser Stelle hilft. Mir hätte geholfen, auf die Erwartungen, die hier in diesem Papier stehen, Antworten zu füllen. Und von dir zu hören, dass du diese Erwartung erfüllen willst. Für mich war es bisher immer so, dass ich sehr offen und kritisch, wie das die Kirchen so sind, oftmals meine Meinung dazu gesagt habe, auch wenn sie vielleicht nicht so ins Konzept gepasst haben. Dieses Konzept, was vor euch liegt, in der Abstimmung, hat sehr viele Ecken und Kanten. Und diese Kanten können nur dann richtig bewältigt werden, wenn derjenige, auf den es ankommt, nämlich unseren Oberbürgermeisterkandidaten, auch dazu eine Position hat. Und dazu sagt, ja, ich stehe für Familien. Ja, ich stehe dafür, für die Weiterentfaltung der Kultur. Ja, ich stehe dafür, die integrierte Sozialplanung. Ja, ja, hat er gesagt. Wie haben wir es denn erlebt? Wie war es denn bisher? Ich habe das nicht so empfunden. Integrierte Sozialplanung, da mussten wir praktisch einen Beschluss einreichen. Fraktionen der Städtraten mussten einen Beschluss einreichen, damit die integrierte Sozialplanung vorangeht. Und zum Schluss, was ist mit der integrierten Sozialplanung? Im letzten Ausschuss habe ich sie extra aufgerufen. Und, bitteschön, meine Damen und Herren, null. Wir brauchen nur eine erste Lenkungsgruppe. Natürlich brauchen wir eine Lenkungsgruppe. Haben wir dazu nicht, übrigens haben wir Zeit gehabt. Gibt es dazu keine entsprechenden Beweggründe? Das sind doch alles die Punkte. Das sind konkrete, praktische Punkte. Wie wir damit umgehen. Wie der Oberbürgermeister, gemeinsam mit dem Stadtrat. Und das sind ja bestimmte Aspekte, die bei der Frau Wilhelm Hahn im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit dem Stadtrat eine bessere Politik zu machen. Und dieses Empfinden hatte ich, wie gesagt, sehr wenig. Es waren Konzepte eingereicht worden, gebe ich völlig dir recht, Norbert. Diese Konzepte wurden von dir vorgestellt. Wir haben danach beraten, sind zu der Anfassung gekommen, dass wir eine Koalition haben. Und mit dieser Koalition ist zu folgen. Alles in Ordnung. Jetzt haben wir die Wahl, wie du gesagt hast. Die Wahl zum Oberbürgermeister. Eigentlich gibt es gar keine Alternative mehr. Andreas hat mir völlig mit Recht gesagt, dass wir einen Lagerwahlkampf haben. Auf der einen Seite Dr. Norbert Vornehm und auf der anderen Seite Dr. Biro Daran. Und insofern gibt es gar keine Alternative mehr. Aber ich möchte doch am Ende wissen, wie geht es denn weiter? Wie geht es denn weiter mit unserer gemeinsamen Politik? Wollen wir das gemeinsam fortsetzen, wie in den letzten fünf Jahren? Eine Ansagepolitik im Wesentlichen und eine Gefolgspolitik? Oder wollen wir eine gemeinsame Politik gestalten, entwickeln oder auch fortführen? Aber ein weiteres Thema, wie bisher, kann es nicht geben. Danke, die Firmen. Vielen Dank.